Ich bin Ernst, Kurfürst von Sachsen. Die meisten kennen mich aus der Geschichte vom Altenburger Prinzenraub. Mein Bruder Albrecht und ich waren noch Kinder, als wir von Kunz von Kaufungen entführt wurden. Der wollte unseren Vater erpressen. Gott sei Dank ging die Sache für uns gut aus. Für Ritter Kunz gab es keine Gnade. Er wurde gefasst und Vater ließ ihn hinrichten. Ein Teil unserer Kindheit haben wir hier auf Rochlitz verbracht. Meistens im Sommer, wir sollten das Jagen lernen. Der Wildbestand in den Wäldern um Rochlitz war legendär. Das hätte den ganzen Tag so gehen können, aber leider standen auch langweilige Dinge wie Lesen und Schreiben auf dem Lehrplan. Ich war 23, als ich gemeinsam mit meinem Bruder die Regierungsgeschäfte übernommen hatte. Und dann wurden wir quasi über Nacht richtig reich. Im Erzgebirge war neues Silber entdeckt worden. Jetzt wollten wir endlich ein richtiges Schloss bauen lassen. Sie kennen es unter dem Namen Albrechtsburg, ein architektonisches Meisterwerk. Was aber kaum jemand weiß, Rochlitz war sozusagen unser Experimentierfeld für die spätere Albrechtsburg. Hier durfte unser Baumeister Arnold von Westfalen ganz neue Bauformen ausprobieren. Schwibbögen als Fensternischen, neue, zackige Gewölbeformen und steinerne Fenstergewände, die aussehen wie geraffte Vorhänge. Das war der letzte Schrei. Arnold hatte tolle Einfälle, da konnte ihm niemand das Wasser reichen. Was er hier auf Rochlitz quasi erfunden hatte, wurde später in der Albrechtsburg perfektioniert.